Erling ist einfach ein guter Junge, relativ bodenständig. Natürlich macht dieser Hype mit jedem Jungen auch irgendwas. Also die Entwicklung von Erling, als ich ihn kennengelernt habe in Salzburg, als er aus Norwegen kam bis hierhin, da merkt man natürlich schon, dass viel passiert ist auch auf dem Weg und ich ziehe immer wieder meinen Hut, wie er das dann auch teilweise managt, wie er das hinbekommt. Er ist in bestimmten Dingen auch sehr speziell. Er ist ein absoluter Vollprofi, er achtet auf Ernährung, er achtet besonders auf Schlaf. Wenn ich eine Anekdote erzählen darf, in Salzburg hatten wir ein ganz nettes Trainingsgelände, wo Erling dann relativ häufig auf so einem Regenerationsbrunnen saß mit kaltem Wasser. Da war so eine Lauffahrt drumherum und dann hat er immer so eine spezielle Brille aufgehabt mit bestimmten Lichtfaktoren, die ihm dann Regeneration ermöglichen und seinen Schlaf auch irgendwo ein Stück weit verbessern. Die hat er auch hier manchmal dann im Hotel aufgehabt. Damit sieht er dann immer ganz lustig aus. Aber es hat natürlich auch einen tieferen Sinn, die ich dann erfahren durfte. Ich habe ihn auch gesehen, dass er mit einer Karotte aus dem Trainingsgelände gefahren ist. War das eine, reimt sich jetzt Marotte von ihm oder gibt es da irgendeine ernährungsspezifische Erklärung für? Er ist gerne Möhren einfach, glaube ich. Also, ich habe jetzt nicht nachgefragt, warum er gerne Möhren isst. Aber es ist ja auf jeden Fall gesund, habe ich gehört. Es soll gut für die Augen sein. Stell dir vor, noch dazu die Brille, die Brille und eine Karotte. Dann ist ein messerscharfer Blick. Bis zum nächsten Mal.